Also, was denken Sie, Joe? Ich weiß nicht, ob mir das zusteht. Eine zweite Chance. Ich meine, das ist ein schöner Gedanke, aber... Aber? Ich habe schreckliche Entscheidungen getroffen, meine Familie vertrieben mich. Ich habe Menschen verletzt. Ich kann die Vergangenheit nicht mehr ändern. Aber ich kann den Leuten zeigen, dass ich mich verändert habe. Möchten Sie das Abendmahl, bevor Sie gehen? Oh nein, mir geht's gut. Ich frage mich nur, wie deine Pläne aussehen. Ich will einfach nicht, dass die Dinge wieder so werden, wie sie waren. Joe motherfucking Dent. Scheiße, Scotty. Sieh dich an. Weiße Weste. Oh ja. Ich bin bereit, mit einem sauberen Leben weiterzubekommen. Wow. Oh. Ich hasse es, dir das sagen zu müssen, aber du wirst das erledigen müssen. Manny muss weg. Der alte Mann hat zu Gott gefundet. Giert nach Erlösung. Ich habe dafür bezahlt. Ich will nur, dass das alles in der Vergangenheit bleibt. Hättest du Phil damals nicht am Leben gelassen, hätten wir heute kein Problem. So wie ich das sehe, ist das dein Ding. Du erledigst das bis dahin oder es wirkt unschön. Jetzt geht das alles wieder von vorn los. Der Staatsanwalt wird mich zum Tode verurteilen. Damals also, habt ihr jemals darüber gesprochen, dass das kein Unfall war? Hey, Kumpel. Du bist hier nicht willkommen. Deine erste Nacht zu Hause und du bist unterwegs. Ist es unvorstellbar, dass ich mich verändert haben könnte? Hast du dich geändert? Du bist hier. Das ist ein Daumen. Und du bist hier. Derne. Mr.. Aber, nochmals muss ja helfen. popping, doch Hilfe! Unsere Vergangenheit definiert uns nicht. Eine zweite Chance. Wieso nicht?